Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Buchempfehlung. Und zwar habe ich das Buch gelesen von Rebecca Buruki, Happy Minutes, 4 Minuten, die dein Leben verändern, aus dem Integral Verlag, das ich euch wie immer natürlich auch unten in der Infobox verlinke. Und in diesem Buch gibt es Mini-Meditationen, heißt die sind halt auch wirklich sehr, 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 sehr kurz. Warum ich das so sehr mag, ist, dass ihr halt wirklich lernt, innerhalb kürzester Zeit eure Stimmung zu verändern, euer Energielevel wieder anzuheben, ist auch für den Einstieg sehr, sehr gut geeignet, war auch damals mein Einstieg. Ich habe damals auch mit 5-10 Minuten Meditation angefangen und das ist auch etwas, wo auch jeder tatsächlich die Zeit hat, diese 4-5 Minuten am Tag, die hat tatsächlich jeder. Und man kann halt wirklich in einer kurzen Zeit eine große Wirkung damit erleben. Und dieses Buch ist unglaublich motivierend zu lesen. Also es wird halt auch nochmal darauf eingegangen, dass Meditation glücklicher machen, gelassener machen, dass sie emotionale und körperliche Beschwerden lindern, dass sie einfach so ein wohliges, zufriedenes Lebensgefühl verschaffen. Und durch Meditation kann ich mich bewusster wahrnehmen, kann ich mir selbst auch etwas Gutes tun, das halt auch innerhalb von 4 Minuten zum Beispiel. Und in dem Buch sind kleine Mantras, stärkende Affirmationen, es geht um Atemtechniken, es gibt kurze Reflexionsübungen, es gibt Achtsamkeitsimpulse, es gibt auch Selbstcoaching-Tipps und Entspannungstipps und natürlich diese Meditation, also so ein rundum schönes, gepacktes Paket, wie ich finde, von einer auch ganz normalen Frau, die auch davon berichtet. Also wenn ihr so Meditationen sucht, die so wirklich ganz, ganz kurz sind, kann ich das sehr empfehlen. Und wenn ihr manchmal auch nochmal so einen Motivationsschub braucht, um entweder tatsächlich mit dem Meditieren anzufangen oder mit dem Meditieren weiterzumachen oder wieder einen neuen Einstieg zu finden, dann kann ich das auch als Motivation dahin wirklich sehr empfehlen. Es hat unglaublich Spaß gemacht zu lesen, es war wirklich sehr, 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 sehr inspirierend. Deswegen mein heutiger Buchtipp, Happy Minutes von Rebecca Buruki. Ich hoffe, das klitzekleine Video und der Tipp haben euch gefallen. Das Buch findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!